Auch drei Wochen bis das alles normal wird? Oder? Nee, das geht relativ schnell. Was denn? Hallo? Kannst du mal dazu sagen? Den Umfang mit dir, den Smart, den du noch hattest. Tödlichen Umfang mit den Smart. Kannst du das mal erklären? Mensch, ich bin so ne Scheiße. Hallo? Bei Ihnen schreiben Sie in den Kommentaren, Sascha ist mit seinem Smart tödlich verunglückt. Wer hat denn die Scheiße? Ja, wer schreibt das eigentlich? Ich bin scheuer. Nein, bin ich nicht. Bist du doch, ne? Doch, bist du doch. Erzähl mal nichts zum Blödsinn. Ja, also... Also wenn das der Himmel ist, dann hab ich auch nicht viel richtig gemacht. Dann hab ich auch nicht viel richtig gemacht. Und Petrus hat mich auch nicht reingelassen. Er lebt, er lebt. Er lebt! Igor legt den Schaut herum.